Hast du in deinem Leben schon Situationen erlebt, wo du unklar warst, wo du nicht wusstest, was du machen solltest, weil viele Informationen auf dich eingeprallt sind, weil du vielleicht zu dicht vor der Tafel gestanden hast und nicht rechnen konntest? Kennst du das, den richtigen Gedanken nicht griffbereit zu haben? Wenn du erfahren willst, was du tun kannst, um dauerhaft klar zu bleiben, durch gute Reflexion und Klarheit herzustellen, dann ist dieses Video jetzt genau für dich richtig. Dieses Jahr beginnt frisch und neu und was passiert mir? Ich bin so richtig krank. Und ich bin 35 Jahre nicht einen einzigen Tag krank und bin Anfang des Jahres so richtig krank. Und denk mir, das gibt es doch gar nicht. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass du so richtig krank warst, erkältet, vielleicht Grippe, keine Ahnung, Corona, wer weiß. Und wenn du richtig krank bist, so wie ich richtig krank war Anfang des Jahres, dann kennst du den Zustand der Unklarheit. Also wer krank ist, wer vernebelte Sinne hat, der hat keine Klarheit, oder? Der oder die Person kann nicht richtig Dinge wahrnehmen, annehmen, nichts aufnehmen. Du bist mit dir beschäftigt, ich war mit mir beschäftigt. Ich wollte einfach nur eins, wieder klar werden. Ich wollte einfach nur eins, wieder fit sein, wieder klar sein, wieder handlungsfähig sein. Klarheit ist etwas, das uns sehr fehlen kann, wenn wir es nicht haben. So wie alles uns fehlt, wenn wir es nicht haben. Erst der Verlust einer Sache verdeutlicht dann den Wert dessen, was wir nicht haben. Und Klarheit kann etwas sein, was uns sehr hemmt. Ich habe es so erlebt. Was kann ich jetzt tun, um Klarheit zu haben? Was kann ich tun, um reflektiert zu sein, um klar zu werden? Klar, also wenn ich krank bin, sollte ich wieder gesund werden. Ich bin es, sonst würde ich hier nicht stehen. Was kann ich jetzt tun, um möglichst diese Klarheit in meinem Arbeitsleben, in meinem Berufsleben, in meinem Privat-, in meinem persönlichen Leben dauerhaft hergestellt zu haben? Ich persönlich habe seit gut 20, 25 Jahren die Bergtage für mich als einen Ankerpunkt gefunden. Die Bergtage sind zwei oder drei Tage, die ich einmal im Jahr mich rausnehme aus der Gleichung meines Hamsterrades, dass ich drehe, du drehst deins, ich drehe meins. Das tun wir alle, wenn wir was erreichen wollen, denke ich. Das meine ich übrigens gar nicht negativ, sondern das ist ja eine Aneinanderreihung von Aktivitäten, Routinen und Ritualen, die uns zu Ergebnissen kommen lassen. Und dennoch macht es Sinn, dass wir einmal im Jahr aus diesem Hamsterrad aussteigen, für mich die Bergtage, mich rauszunehmen aus der Gleichung, von oben mal zu schauen, auf das, was die letzten 365 Tage passiert ist, um zu schauen, was die kommenden 365 Tage so bringen sollen. Bergtage heißt, ich nehme mich raus aus der Gleichung, ich gucke von oben drauf auf mein Berufsleben, auf mein Privatleben, auf mein persönliches Leben und frage mich, was ist gut gelaufen im letzten Jahr, vielleicht auch, was hätte besser laufen können im letzten Jahr, welche Ideen habe ich jetzt, wenn ich es nochmal neu würde, entscheiden können, um im letzten Jahr an einigen Stellen noch besser, erfüllter, glücklicher, erfolgreicher, wie auch immer gewesen zu sein. Und was ist das Learning für das kommende Jahr? Dann kann ich, wenn ich das tue, mir auch überlegen, gibt es so Bergetappen? Und wir nennen das Etappentage, also alle 90 bis 100 Tage einen weiteren Termin im Kalender zu haben, um dann über das Thema Klarheit zu reflektieren. Dann habe ich meinen Weg klar vor Augen, sind vielleicht Dinge links und rechts passiert, die mir jetzt den Rat geben, nochmal nachzujustieren, dass die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, für die kommenden 365 Tage, nach 100 Tagen möglicherweise schon gar nicht mehr erreichbar sind. Oder wie in einem Fall jetzt, wo wir sagen, das haben wir in 100 Tagen schon geschafft, also muss ich jetzt das positiv nachjustieren. Das meine ich mit Klarheit, durch diese Reflexion der Etappentage. X-Ketten können etwas sein. Mir also zu überlegen, welche Blöcke muss ich mir für die 52 Wochen im Jahr setzen. Habe ich vielleicht zwei Wochen am Stück, wo ich über ein Projekt nachdenke? Habe ich eine Woche am Stück, wo ich sage, da bin ich mal raus, da bin ich komplett im Urlaub vielleicht, was auch immer? Habe ich diese X-Ketten, habe ich diese Blöcke während der Wochentage für mich, mir vormittags mich fokussiert vorzunehmen, mich um ein Thema zu kümmern? Nachmittags vielleicht zwei andere Themen zu verfolgen, also zu überlegen, welche Aufgaben habe ich zu machen? Habe ich zu telefonieren, Gespräche zu führen, schreibe vielleicht ein weiteres Buch, ein Artikel, habe ein Projekt, an dem ich arbeite? Also mein Advice an der Stelle und mein Gedanke auch an mich selbst ist, um klar zu bleiben, blockweise zu arbeiten, um durch klares blockweises Arbeiten Klarheit dauerhaft herzustellen. Und dann dir abends auch die Frage stellen zu können, was habe ich heute eigentlich erreicht? Wie bin ich heute weitergekommen? Habe ich das erreicht, was ich mir morgens wirklich vorgenommen habe? Also die klassische Frage an dem Abend, gab es etwas, was ich habe lernen können heute? Ja, gibt es Dinge, über die ich mich gefreut habe, von Herzen gefreut habe? Gibt es Dinge, für die ich dankbar sein kann? Kann ich das abhaken? Und dann habe ich ein Konzept für mich entwickelt, das mir hilft, Klarheit dauerhaft herzustellen, durch Reflexion wieder klar zu werden. Und ich kann mich gut erinnern, dass mein Ausbilder, mein Lehrer, Pater Ziegler, mal zu mir gesagt hat, Andreas, sometimes you have to clean your bag. Clean your bag. Damit ist gemeint, also habe ich es für mich verstanden, auch die Wahrnehmungskanäle täglich zu putzen, im Sinne von, was habe ich gestern gesehen, gehört, gerochen, wahrgenommen, gefühlt? Und ist das, was ich da gestern aufgenommen habe, etwas, was mir heute irgendwie hilft, weiter klar zu bleiben? Oder was ist das Learning besser? Wie kann ich da heute anders so mit umgehen, dass das, was gestern war, etwas ist, was mich heute zusätzlich befördert? Und kleiner Gedanke an der Stelle, die klassische tiefe Stunde könnte etwas sein, um das auch zu reflektieren. Dir hin und wieder die Zeit zu nehmen, einmal dich zur Klarheit zu denken auch. Was war da drin gestern an den Themen oder jetzt, was ich heute erlebt und erreicht habe? Was war da für mich drin? Was konnte ich lernen? Und wenn du mal unklar bist, ich wünsche dir keine Krankheit, aber wenn du mal unklar bist, das kann ja passieren, wenn viel auf deinem Schreibtisch landet, dann könntest du dir die Frage stellen, was ist das Learning daraus? Und was kannst du operativ beim nächsten Mal anders besser zu machen, um die Klarheit für dich wirklich dauerhaft auch hergestellt zu haben? Also eine partielle Unklarheit ist ein Vorteil, wenn hinterher Klarheit wieder da ist, weil wenn der Rauch verzieht, wenn die Wolken weggehen, dann scheint an der Stelle auch die Sonne wieder. Manchmal stehen wir auch nur einfach zu dicht vor der Tafel und können, weil wir zu dicht vor der Tafel stehen, nicht wirklich erfolgreich rechnen. Wir brauchen dann etwas Abstand und mit dem Abstand, den wir haben, den wir aufbauen, die Klarheit wieder herstellen zu können. Im Training sagen wir dazu, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es weißt, kannst du es tun. Wenn es dir bewusst ist, dann kannst du es ändern. Wenn dir Unklarheit bewusst ist, dann kannst du Klarheit wieder herstellen. Wenn ich krank bin und deswegen unklar bin, dann weiß ich, ich brauche den Fokus, um gesund zu werden, um wieder klar zu werden, um zum Beispiel ein solches Video mit dir in aller Klarheit und in vollem Bewusstsein drehen zu können. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dir die Informationen geholfen haben, dann bewirb dich gleich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und am allerbesten abonnierst du diesen Kanal, dann bist du immer aktuell und klar informiert. Und am allerbesten abonnierst du den Kanal, dann bist du immer wieder herstellen.